So, heute schönes Wetter, habe ich mir gedacht, fangen wir mal nach Düsseldorf zu OPM zum Sommerfest. Ne, tolle Leute hier, Tag auch, da hinten kennen wir ja Hüpfburg-Hattensel, da wurden hier kleine Kinder zu Wrestlern ausgebildet, mit einem Mordsgaudi, die ganze Familie hat Spaß hier, ach hallo, kennen wir doch auch, grüß dich. Also, Freibier gab es, trinken wir doch mal eins, Prost da hin, warum trinkst du eigentlich? Ich glaube, ich muss doch zum, das war zu scharf, der Feit, ja. Ach, die scharfe Soße vom Feit, die sollt ihr auch probieren, habe ich mal lieber sein lassen. Da hat er aber einen guten Schluck, der kleine. Jo, Prost, ne? Das ist hier Zuckerwasser. Das ist doof, Zuckerwasser. Ah, Kress, guck mal hier an, der kennt mich, der butscht auch da, lustig, lustig. Lustig war es auch hier, der da Comedy macht, der fängt gerade an, hier die Leute zusammen zu suchen. War schon so eine Rakete. Aber, nicht alle fanden es lustig, aber es war trotzdem hier, ja, Mordsgaudi halt, ne? Ist halt heiß, man klatscht nicht immer, man freut sich aber innerlich. Macht schon Spaß. Zum Abkühlen gab es kalte Würstchen und warme Würstchen, hier der Typ, der grillt echt gut. Hat Spaß gemacht, danke für die Wurst, war natürlich auch für Umme. Da, hier noch einer. Nein, es ist nicht meine Mutter, aber er könnte deine Mutter sein. Äh, ne, meine Mutter ist es nicht. Vielleicht noch jemand ein Bier, du, zwei. Ja klar, gab es ja für Umme, ne? Prost, lass dir schmecken. Da, die Jungs von Mayhem. Auch lustiger Haufen. Da, warte mal, woran erinnerst du mich nochmal? Äh, ach ja, hier, der da. Ach, ist der nicht süß. Zum, äh, Anbeißen, ne? Sei nicht traurig. Kommt gleich vielleicht nochmal wieder. Äh, ein Witz. Na ja, Spaß beiseite. Was haben wir hier? Es war echt ne Mordsgaudy. Viele Leute waren da, hat richtig Spaß gemacht. Äh, mach mal hier mal einen kleinen Fight zwischen den beiden und los geht's. Ja. Ja, das ging ja gut los. Spaß beiseite. Nein, nicht Spaß beiseite, der arme Junge hier steht da. Der kommt hier nicht weg. Ich weiß gar nicht warum, es ist doch schön hier. Hau mal drauf. Bing. Ja, das ist ein richtiger Halt. So ein Snakeplayer-Halt, wie man ihn kennt. Komm, mal nochmal. Bing. Ja, ordentlich Rakete. Der ist stabil. Wer weiß, wie das geht. Na ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und zweite Runde, bumm, los geht's. Ja, schleppt sich ein bisschen, aber... Ja, Männer, die sich wieder nicht unter Kontrolle haben. Immer der Rot. Der Herr Rot, der blaue Herr Rot. So ist es halt. Auf jeden Fall halt. Pommes, Getränke, nicht Cola, äh, nicht alkoholisierte Getränke auch. War ein echt schöner Tag. Äh, ich glaube, ich komme nächstes Jahr wieder vorbei. Bis dann, alles Gute. Tschüss, der Gräs. Hm, lecker. Noch eine Pommes hier, die da. Ne, doch, die. Ach, großartig. Lalala, 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 mhm.